Hallo und recht herzlich willkommen zurück zum nächsten Part, Kingdom Come Deliverance. Im letzten Part waren wir hier in dieser wahrscheinlich Traumwelt stehen geblieben. Wir werden nochmal wahrscheinlich auf die Ereignisse zurückblicken. Eigentlich haben wir im letzten Part die Mission Heimkehr beendet. Die beschreibt ganz schön, was wir gemacht haben. Wir haben nämlich mehr oder weniger es geschafft, unsere Eltern zu beerdigen. Das war unser Plan, beziehungsweise unser Ziel. Und das haben wir geschafft mit der Hilfe von Freunden, weil wir wurden stark verwundert. Sonst wären wir wahrscheinlich ohne die gerne mal am Leben. Jetzt schauen wir aber mal, was hier abgeht. Falls ihr den letzten Part nicht gesehen habt, könnt ihr über das Ida wie immer hinkommen. Hier ist Wasser. Ich folge einfach nur der Questmarkierung. Der hat ein Schild. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir den bekämpfen? Ich gehe einfach weiter. Hi. Ciao. Weil die Markierung zeigt da lang. Vielleicht müssen wir gar nicht kämpfen. Das waren auf jeden Fall die, die unsere Familie umgebracht haben. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Und ich glaube, das war unsere Burg. Wenn ich es richtig gesehen habe. Und das waren die aus dem letzten Part. Und das waren die aus dem letzten Part. Und das waren die aus dem letzten Part. Ein dramatischer Rückblick, wenn man das so sagen kann. Es ist helllichter Tag. Steh auf, Heinrich. Aufwachen. Ein neuer Tag. Heinrich. Heinrich, hörst du mich? Heinrich, hörst du mich? Halleluja. Dachte schon, du wachst nie auf. Hattest du wieder Albträume? Therese? Ach, das ist Therese. Nur noch Fieber. Onkel wird es nicht gefallen, aber du musst noch im Bett bleiben. Wo bin ich? In Scarletz? Nein, wir sind in der Mühle meines Onkels in Ratai. Ich wusste nicht wohin. Was ist passiert? Du erinnerst dich wirklich an nichts? Tja, wundert mich nicht. Ich fand dich, nachdem dich diese Halunken attackierten. Erst dachte ich, du wärst erledigt, aber du hast noch geatmet. Warum nur bist du zurückgekehrt? Das war Wahnsinn. Sie schlachteten jeden ab, den sie erwischten. Meine Eltern, ich... Ich wollte sie begraben. Ich musste... Keine Sorge. Ich habe das erledigt. Danke. Jeder gute Christ hätte das getan. Aber jetzt musst du schlafen und wieder zu Kräften kommen. Einige Tage im Fieberwahn später. Rührt mich tatsächlich. Guten Morgen. Fast Mitternacht. Hast den ganzen Tag verschlafen. Wie hast du mich gefunden? Das haben wir ja eigentlich gesehen, aber wir fragen mal nach. Wie konntest du mich retten? Ich war in Skarlitz und sah diesen Schuft Bischek mit seiner Bande. Ich versuchte sie abzulenken. Und dann tauchten zu meinem Glück Männer aus Timeberg auf. Sie waren auf der Suche nach dir und vertrieben die Banditen. Habe ich schon im letzten Part gesagt. Aber ich sag's gerne nochmal. Man kann echt froh sein, wenn man zu der Zeit ein paar Freunde hatte, auf die man sich verlassen kann. Obwohl sie mich nicht wirklich kannten. Was hast du in Skarlitz getrieben? Was in aller Welt hast du in Skarlitz gemacht? Aufs Sterben gewartet. Was? Sie töteten meine Brüder. Meine Familie. Meine Freunde. Sie sind alle tot? Ja. Alle, die ich geliebt habe. Einen meiner Brüder töteten sie in den Minen. Wofür hätte sich das Leben noch gelohnt? Sag sowas nicht. Es gibt immer Hoffnung. Nicht immer. Aber das spielt keine Rolle. Jetzt bin ich eine andere. Ich weiß nicht, wie man's sagen soll. Aber ich bin froh, dass sie sich die Wut genommen hat, nochmal irgendwie irgendwas zu versuchen und jetzt nicht weiter in Richtung Tod gerannt ist. Auf der Suche nach mir? Ja. Herr Diewisch hat sie geschickt und Hauptmann Robert führte sie an. Ich wüsste zu gern, wieso sich ein so feiner Herr für einen Schmied interessiert. Herr Diewisch versprach Herrn Ratzig, sich um mich zu kümmern. Aber ich habe keine Ahnung, weshalb. Okay. Uns bleibt nichts mehr. Darum sagen wir, wir sind müde. Ich bin erschöpft. Kein Wunder. Ich bringe dir Wasser und etwas zu essen. Ruhe dich währenddessen aus. Du bist noch schwach. Und noch später. Was ich mich frage, haben wir das Schwert noch? Wie geht es dem Verletzten heute? Ging mir nie besser. Nicht seitdem sie mich ans Rad gebunden und auf dem Marktplatz gefierteilt haben. Wie es scheint, ist ein Sinn für Humor zurück. Dir geht's also wirklich besser. Mein Onkel wird erfreut sein. Es war nicht leicht, ihn zu überreden, dich bleiben zu lassen. Hättest du noch länger herumgelegen, hätte er dich wohl einfach auf die Straße geworfen. Du kannst hier wohnen, bis du eine Bleibe hast. Aber mein Onkel erwartet eine Bezahlung für die Bleibe, Kost und Wundsorge. Das, ähm, kriegen wir hoffentlich irgendwie hin. Das ist also das Haus deines Onkels? Wir sind in der Mühle meines Onkels Pesek in Ratai. Er nahm mich auf und nach etwas Überredung auch dich. Vielleicht sollten wir uns mal bedanken. Ich liege hier schon viel zu lange herum. Onkel wird sich freuen, wenn er einen Maul weniger zu stopfen hat. Aber geht's dir wirklich gut? Gut genug, um zu tun, was getan werden muss. Wo finde ich Herrn Ratzig? In der unteren Burg zu Pirkstein. Er ist Herrn Hanusch von Leipers Gast. Aber ich bezweifle, dass jemand wie du einfach hineinspazieren und eine Audienz erbitten kann. Ich kenne Herrn Ratzig und habe ihn nicht wie aufgetragen sein Schwert gebracht. Ich muss ihn sehen. Wie du willst. Aber zuerst musst du mit meinem Onkel sprechen. Und uns zumindest mal bedanken. Wir haben ihn wirklich unser Leben zu verdanken. Ich verdanke euch mein Leben. Und ich werde meine Schulden zurückzahlen. Gut. Aber bevor du in die Stadt gehst, solltest du etwas essen. Du bist noch geschwächt. Ich habe etwas auf den Tisch gestellt. Sehr lieb. Teresa ist eine Nette. Ähm. Teresa? Dein Bett. Okay. Äh. Auf den Tisch wahrscheinlich. Brötchen 1. Brötchen 2. Und Brötchen 3. Und dann, äh, essen wir mal. Wir haben unser... Wofür habe ich die Sachen gesammelt? Ich hoffe, die haben wir noch. Truhenschlüssel? Türschlüssel? Was für eine Truhe? Ähm. Essen. Wo sind wir denn? Sättigung. So. Truhe. Öffnen. Da haben wir alles. Sehr schön. Dann, äh, rüsten wir uns mal aus. Moment. Wir können die schlechten Sachen gleich hier reinhauen. Inventar. So. Entschuldigung. Ich habe, äh, vor kurzem getrunken. Darum stoße ich ein bisschen auf. So. Zack. Das hier. Haben wir noch Schuhe? Ne. Dann das weg. Ich glaube, jetzt haben wir alle Sachen einmal. Edle Schuhe. Zack. 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 Easy. Ähm. Jetzt sehen wir aber komisch aus. Na gut. Äh. Müssen wir so hinnehmen. Wir haben. Ach so. Waffe haben wir. Ach so. Jetzt müssen wir. Hä. Hä. Ich hätte gern ein Schild. Was ist denn? Zack. Äh. War da Stärke? Sehen wir das irgendwo? Was ist das hier? Schaden. Schaden. Okay. 33. Minderwertiger Pfeil. 100. Also Bogen ist anscheinend sehr lohnenswert. Würde ich mal tippen. Okay. Dann, ähm. Können wir schon einen Teil unserer Schulden zurückzahlen. Hier ist eine Mühle. Das wissen wir bereits. Hallo Theresa. Turnier. Was? Das war ein Herr Kaunusch in Tierte. Turnier. Findet alle sieben Tagen in der oberen Burg von Rattei. 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 So hat sie es genannt. Rattei statt. Dabei können die Teilnehmer ihre Kampffähigkeit mit einwaffen, Gattung oder Beweissteil. Okay. Aber. Ja. Ist zwar schön. Den brauche ich aber gerade nicht. Ist das der Onkel? Müller Peschke. Oder Peschel. Ich bin Heinrich. Danke. Ja. Das ist der. Ja. Ich heiße Heinrich. Danke, dass du mich aufgenommen hast. Ich heiße Peschek. Und das ist meine Mühle. Meine Nichte Theresa kennst du ja schon. Das Mädel hat dich die ganzen zwei Wochen umsorgt, die du halbtot rumgelegen bist. Und wo wir gerade über den Tod reden. Während du an die Höllenpforte geklopft hast, hat der Adalasser ganz schön mit dir zu tun gehabt. Wird ordentlich gewerkelt, damit du nicht ins Gras beißt. Und billig ist der Quacksalber nicht. Hab ihn entlohnt, so gut es ging, aber du schuldest ihm noch was. Verstehe. Naja, besser verschuldet als verblutet, oder? Wie hoch sind die Schulden? Ich scheue harte Arbeit nicht. Das wirst du nicht mit Mistschaufeln abbezahlen. Ich hab da was Besseres im Sinn. Nur kann ich nicht jeden Dummdödel schicken. Gut, dann uns leider auch nicht. Wenn du ein kluges Kerlchen bist, hab ich vielleicht was für dich, womit du richtig Kohle machen kannst. Was sagst du? Kommt drauf an, wie klug ich sein muss. Worum geht's? Na schön, was soll ich für dich tun? Nix Aufregendes. Nur, dass du was von wem holst und es wem anders bringst. Und dich nicht dabei erwischen lässt. Das klingt simpel. Bis auf das Nicht-Erwischen-lassen. Weshalb sollte mich jemand dabei erwischen wollen? Ach, mach dir deswegen keinen Kopf. Ist ne Aufgabe wie jede andere. Nur brauchst du dafür die richtige... ...Geisteshaltung. Hast du ein Problem mit Leichen? Kein ehrbarer Mann sollte sie berühren. Das ist eine Aufgabe für den Henker. Hast du geglaubt, ich schick dich auf dem Feld und lass dich rüben ziehen? Im Feld ackern kannst du. Aber woanders. Ich will wissen, ob du dich hinter Skrupeln verkriechst wie so ein Jammerbalk. Oder ob du offen für ungewöhnliche Aufgaben bist. Wer eigentlich von den Entwicklern kam auf die Idee, es ist geil, als Soundeffekt irgendeine Fliege einzufügen, die einmal auf den einen Ohr lauter ist und dann auf den anderen? Ich habe mit viel gerechnet, aber das ist doch etwas wild. Sprich trotzdem weiter. Es geht um den Ring. Mein Kumpel Wojcik von der Kohelnitzer Mühle hat ein Auge draufgeworfen. Aber dummerweise haben sie ihn beim Galgen zusammen mit dem Scheißkerl verscharrt, der ihn getragen hat. Heilige Maria, ich soll einen Leichnam ausgraben, ihm seinen Ring abnehmen und ihn deinem Kumpel in Kohelnitz übergeben? Ist dir nichts heilig? Geld stinkt nicht. Der Kerl ist ihn über, so wird er ihn nicht vermissen. Und der dünnhäutige Tor, der auf die Idee gekommen ist, dass es falsch ist, die Toten zu stören, hat nie die Bibel gelesen. Ein Leichnam ist immer noch ein Geschöpf Gottes. Also warum sollte man sich davor grauen? Haben wir eine Wahl? Ich glaube nicht. Also gut, ich mache es. Mein Lieber, du hast des Teufels Zunge. Wenn du dich anstrengst, kannst du wahrscheinlich sogar Sodomie mit Ziegen schönreden. Vorsichtig, Bürschchen. Also, hier bei der Mühle ist irgendwo eine Schaufel. Wenn es Probleme gibt, komm wieder her. Und hier hast du was, damit es sich besser gräbt. Danke, ich werde es brauchen. Ich kann nicht glauben, dass ich so tief gesunken bin. Ach, und noch was. Güte dich vom Henker und seinen Tölen. Teuflische Biester sind das, nicht nur die Hunde. Den Hunden kannst du Fleisch hinwerfen, aber dem Henker? Mit dem solltest du dich nicht anlegen. Bleibe wohl. Okay, wir haben ja Zeit für solche Quests. Dann suchen wir erstmal, oder versuchen wir erstmal in die Burg zu kommen. Haben wir hier mittlerweile ein Pferd? Nö. Warum denn auch? Oder? Warte, wir haben doch jetzt die... Oh Gott, wo sind wir denn jetzt? Oh. Wir sind ja ziemlich weit weg. Das ist, begib dich für eine... Genau, eine Audienz. Das wollen wir. Dann müssen wir dem Weg hier hoch folgen. Und das ist Beschaffel... Nee, wir folgen dem Wegding da. Marker? Was macht... Warum ist das eingekreist? Ich guck mal kurz, welche Quest verfolgt wird. Aber das Erwachen. Eine Vergeltung? Hol dir das Schwert deines Vaters zurück. Finde Markwart von Outlets und richte den Tod deiner Eltern. Wir haben... Also wir wissen, wo die sind, oder wie? Wird wahrscheinlich hier irgendwo sein, dass die sich aufhalten. Hier können wir uns auf jeden Fall hochporten. Das ist ein schönes Feature. Hat nicht jedes Spiel, das man sich porten kann. Aber, ähm... Okay, dann schauen wir mal nach der Audienz. Da laufen wir jetzt hoch, weil eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Ich glaube, so weit ist der Weg nicht. Ey, wir sind mal wieder voll bei Leben. Bedeutet, wir haben auch volle Ausdauer. Das ist schön. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, dass sie generell, ähm... Mit dem Leben runter geht. Eigentlich ist es ganz geil, weil ich es aus keinem anderen Spiel kenne. Aber es kann auch ziemlich nervig sein, je nachdem wie viel Leben man hat. Aber gut. Wie gesagt, wir sind jetzt in Part 6. Ich muss mich noch einfinden in das System. Das Spiel wird wahrscheinlich ein bisschen länger gehen. Das habe ich ja schon, äh... Häufiger erwähnt. Ist aber krass, Part 6. Im nächsten Part wären wir bei Part 7. Und das wäre dann schon die Hälfte von dem Vorgängerprojekt Control. Warum? Eigentlich... Eigentlich... Heftig. Aber wir haben gerade erst gesehen, von wem das Spiel ist. Normalerweise ist das immer der Beginn. Hat man ja auch beispielsweise bei Assassin's Creed gehabt. Da war ich in Part... 7, glaube ich. Ich glaube, bei Part 7 haben wir das gesehen. Wo wir nach Englerland gesegelt sind. Da kam das. Deswegen, naja. Hallo. Also... Wer bist du und wohin willst du? Heinrich. Der Sohn des Scarletzer Schmieds. Ich möchte zu meinem Lehnsherrn. Ratzig Kobilla von Dvojitz. Sicher. Und ich bin der Papst. Was willst du von seiner Lordschaft? Und wieso glaubst du, dass er dich empfängt? Ich muss Herrn Ratzig sagen, dass ich mit seinem... Was mit seinem Schwert geschehen ist. Ich bin Herr Ratzigs Schmied. Lasst mich rein. Ja, ich würde erst mal Zweite nehmen, weil da haben wir am meisten, gell? Loyalität. Ja. Sei vernünftig. Ich bin kein einfacher Bauer. Ich bin Herrn Ratzigs Schmied und muss ihn sprechen. Und ich bin der, der dich auffällt. Hau ab! Ich sehe vielleicht nicht danach aus, aber ich weiß, was Ehre und Pflicht bedeuten. Und meine Pflicht ist es, ihm zu sagen, was mit seinem Schwert geschah. Also gut, geh schon. Aber gib nicht mir die Schuld, wenn Herr Ratzig dir das Fell gerbt. Das wird schon nicht passieren. Ich frage mich immer, wo wir weniger Punkte drin haben. Ich muss mal kurz gucken. Sehe ich das irgendwo? Ähm, Spieler. Energie aus der Sattheit? Nee. Ruf. Ach, wir haben pro Gebiet einen Ruf. Ich muss auch so ins Mikrofon reden. Buffs. Fertigkeit. Okay. Kampf haben wir verschieben. Bogen. Faustkampf. Schwer. Ja, der Faustkampf ist immer ziemlich scheiße. Okay. Redekunst. Charisma. Okay. Ja, ich glaube, Redekunst lohnt sich zu leveln. In die Richtung müssen wir. Na gut. Mal gucken, ob er uns empfängt. Aber ich gehe schon davon aus. Auch wenn wir uns erstmal wahrscheinlich was anhören dürfen. Hallo. Die Nächsten machen, die uns aufhalten wollen. Na, wenn das nicht der Sohn des Schmieds ist. Ah, die wissen, wer wir sind. Er ist wirklich. Was machst du hier? Wir haben geglaubt, mit dir wär's aus. Ich möchte zu Herr Ratzig. Äh. Ja. Ich muss Herrn Ratzig sprechen. Ist er da? Er ist in der Burg mit Herrn Hanusch von Ratai. Sie essen in der Ritterhalle. Was willst du von ihm? Mein Vater schmiedete ihm ein Schwert. Er bat mich, es Herrn Ratzig zu bringen. Ich sehe kein Schwert. Banditen überfielen mich und stahlen es. Ich muss seiner Lordschaft sagen, was passiert ist. Und dann werde ich es wiederfinden. Sicher wirst du das, Heinrich. Viel Glück. Danke. Interessant, dass sie mich kennen und dass sie so freundlich sind. Und hoffentlich werden wir so freundlich auch hier im Schloss knacken. Das wollen wir vielleicht nicht. Hier sind wir falsch, gell? Ja, hier ist eine Küche. Küche ist falsch. Dann gehen wir vielleicht noch die Treppen hoch. Vielleicht hier drin. Ich könnte einen Happen vertragen. Bist du hungrig? Ähm. Nahrung. Dann gehen wir erstmal nach Zustand. Die sollten wir jetzt nicht mehr essen, gell? Wenn ich das richtig verstehe. Gut, äh. 60. Mehr Rettich. Ja, 100. Erreichen wir langsam. Getrockene Pilze haben ein paar. 100. Och, wir sind schon wieder vergiftet. Warum? Anscheinend sind wir hier richtig. Dero Gnaden, ich sage euch allen Ernstes, unser Land steckt in der Scheiße. Tief in der Scheiße. Denkst du nicht auch? Ich hätte es wohl nicht so eloquent formuliert, Hanusch. Doch da man mich aus meiner eigenen Burg vertrieb, bin ich geneigt zuzustimmen. Nun denn. Burg Pirkstein ist dein, solange du ihrer bedarfst. Für dich und deine Männer ist in Ratai genug Platz. Und ich bin sicher, mein Mündel hat keine Einwände, dass ich dir seine Burg leihe. Oder nicht? Es ist eine Ehre. Pirkstein steht dir zur Verfügung, solange du wünschst. Und ihr habt ja auch noch weitere Burgen, nicht wahr? Jedenfalls bin ich euch beiden zutiefst verbunden, Herr Hans und Herr Hanusch. Ich rede wirklich ungern schlecht über deine Leute, Herr Ratzig. Aber nun, die Städte und Flüchtlinge haben nichts füreinander übrig. Es ist von Übergriffen die Rede. Sie werden sich damit abfinden müssen, bis sich die Lage normalisiert. Aber wann wird es enden? Und worum in Gottes Namen geht es bei diesem Krieg? Ich sage es ungern, aber ich verstehe es nicht. Nicht nur für dich, Pater. Ich denke, Siegesmund hatte ursprünglich vor, Wenzel zu überreden, die Kaiserkrone anzunehmen und ihm Böhmen zu überlassen. Kein Wunder. Ich weiß, Wenzel ist dein Freund, aber du musst zugeben, er hat dieses Unheil selbst über sich gebracht. Gewiss hat der König seine Pflichten verabsäumt und die Ordnung im Land muss wiederhergestellt werden, aber die Herren, die sich Siegesmund anschlossen, konnten sich wohl kaum vorstellen, was ungarische Ordnung bedeutet. Ungarische Ordnung? Mich beunruhigt, Herr, wie ein guter Christ auf solche Brutalität zurückgreifen kann. Vermutlich hatte er nicht gedacht, dass der Adel hinter dem König stehen würde. Aber dank ihm reißen wir uns gegenseitig in Stücke und er muss nun für Ordnung sorgen. Aber warum in Gottes Namen muss er sich dieser Barbaren bedienen? Geld ist die Wurzel allen übels, junger Herr. Kriege Kosten. Und dieser hier dauert schon ein Jahr. Siegesmund ging die Münzen aus. Da er keine Ritter zahlen konnte, rekrutierte er diese Ruhrensöhne. Und je weniger er zahlt, desto mehr plündern sie. Deshalb griff er uns an. Er wollte unser Silber. Was willst du? Hier hast du nichts zu suchen. Verschwinde! Warte, das ist Heinrich. Heinrich, der verschwand, obwohl ich ihn ausdrücklich anwies, in Talmberg zu bleiben. Tut mir leid, Herr, aber ich musste meine Eltern begraben. Musstest? Denkst du, du bist der Einzige, der jemanden verlor? Aber die anderen gehorchten ihrem Herrn. Und du hast nicht nur beinahe dein Leben vergeudet. Herr Robert und seine Männer riskierten Iris, um dich zu retten. Es musste sein, verzeiht. Ha, da hast du's. Was sein muss, muss sein, ratzig. Dein Vater war ein bemerkenswerter Mensch. Und deine Mutter? Sie war es ebenfalls. Sie verdienen ein christliches Begräbnis. Gelang es dir? Nein. Räuber überfielen mich. Ich wäre nicht hier, wenn dieses Mädchen nicht gewesen wäre. Mädchen? Die Müllers Tochter, Theresa. Die Müllers Tochter rettete dich vor den Schurken? Das ist mal eine gute Geschichte. Ich verdanke ihr mein Leben. Sie lenkte sie ab und brachte mich nach Ratai. Aber ohne Herrn Robert wären wir beide tot. Das nenne ich ein anständiges Weib. Halt gut an ihr fest. Trotzdem. Eine Schande, dass deine Eltern in ungeweihtem Boden bestattet wurden. Das bedeutet das Fegefeuer für sie. Schweig, Mönch. Ich hab dich nicht geladen, damit du hier alles verschlingst und dabei auch noch Predigten hältst. Wenn du so besorgt bist, Pater, solltest du dich selbst um die Rettung der Seelen dieser ehrbaren Christen bemühen. Reise nach Scarletz und weihe ihre Gräber. Ich versichere dir, solltest du von Banditen getötet werden, wird deine Seele in den Himmel auffahren. Vorausgesetzt, jemand beerdigt dich in geweihtem Boden. Wenn denn etwas übrig bliebe. Aasfresser stürzten sich gewiss auf so einen Happen und hinterließen nichts als Knochen. Und ein Skelett gleicht dem anderen. Wie also sollten wir denn gottgewollte Gebeine von Siegesmunds Tartan unterscheiden, meine Herren? Sei es, wie es sei. Weshalb bist du hier? Ich hole dein Schwert zurück. Schwert? Mein Schwert hängt hier an meinem Gürtel. Nein, das Schwert, das mein Vater für dich schmiedete. Einer der Banditen stahl es mir. Sie bringen ihn fast um und er will schon zurück. Kommt wohl nach seinem Vater. Junge, ich verlor eine Burg, ein Dorf, die Silberminen und die Hälfte meiner Untertanen. Was sollte mich ein Schwert kümmern? Weil es das Letzte ist, das mein Vater schmiedete und ich ihm versprach, es dir zu überbringen. Ich verstehe. Ich würde es genauso sehen. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und ein Toter hält keine Versprechen. Richtig. Ein Weib musste sein Fell retten und jetzt dürstet es ihm nach Rache. Was für ein Narr bist du, Junge! Er ist kein Narr. Heinrich, du hast Mut. Aber du benötigst Übung, Waffen, ein Pferd. Oder willst du dich beim Würfelspiel rächen? Nein, Herr. Bitte nimm mich in deine Dienste und gib mir die Chance, all das zu erlernen. Eine Unverfrorenheit. Flieht feige vor dem Feind, missachtet Befehle, überlistet Herrn Divisch, verliert der ein Schwert, bringt Herrn Robert in Gefahr und nun will er eine Beförderung? Herr Karpon hat recht. All das ist wahr, Herr. Nur feige ist er sicher nicht. Du wärst auch weggerannt. Glaub mir. Er muss gemaßregelt werden. Aber wie bestraft man jemanden, der alles verloren hat? Hm? Mut und blinder Gehorsam zeichnen einen guten Knecht aus. Aber ein weiser Mann weiß auch Loyalität, Beharrlichkeit und Willenskraft zu schätzen. Das Schwert war von feinster Handwerkskunst. Wenn es ihm gelänge, es zurückzuholen, wäre ich nicht abgeneigt. Mein Herr, er ist ein Bauer. Du kannst aus ihm keinen Knappen machen. Warum nicht? Man macht auch aus Schweinen Pfarrer. Ja. Heinrich ist kein Bauerpater, sondern Schmied. Und die neuen Umstände erfordern seine Fähigkeiten. Du möchtest also in meinen Dienst treten? Herr, ja, möchte ich. Du wirst es nicht bereuen. Oh, doch. Das werde ich wohl. Ich tue das für deinen Vater. Enttäusche mich nicht. Oh, wie es scheint, dass dir das Glück heute doch noch holt, Junge. Mach's Beste draus. Wenn ich darüber nachdenke, Herr Hanusch, der Junge braucht Erfahrung und du benötigst einen Speerträger, richtig? Hm, das ist wahr. Der Vogt beschwert sich ständig, Schwierigkeiten mit deinen Leuten zu haben. Einer der Iren unter den Wachen wäre hilfreich. Womöglich. In jedem Fall wäre es eine wertvolle Erfahrung. Doch eines steht fest. Du wirst ihn bezahlen. Hauptmann Bernhard, bilde ihn aus. Und schicke ihn dann zum Vogt. Ja, Herr. Und schone ihn nicht. Verlass dich darauf, Herr. Hast du gehört, Heinrich? Enttäusche mich nicht. Werde ich nicht, Herr. Ein ziemlich interessantes Gespräch. Ähm, ja, ich finde es gut, dass wir was zu tun haben. Das Erwachen, Quest abgeschlossen. Und bin jetzt sehr gespannt, ob wir jetzt endlich mal ein richtiges Kampftutorial finden. Ohne Fleiß keinen Preis. Ein schöner Questname. Sollte ich nicht irgendeinen folgen? Ich dachte, ich muss einen folgen. Naja, ähm, A ist wahrscheinlich die Hauptquest, gell? Ich würde, ich, äh, mir wurde ja gesagt, ich soll auch viele die Nebenquests machen, da die meistens noch interessanter sind. Erstmal würde ich ein bisschen der Hauptquest folgen, damit wir so wahrscheinlich noch ein paar Einführungen haben. Hey du, auf ein Wort. Okay, Landstreicher. Glück und Gesundheit. Dir auch. Okay. Wieso lungerst du hier herum? Hast du keine Arbeit? Nein. Seit Siegesmunds Schergen mir alles genommen haben, muss ich betteln. Was haben sie dir denn genommen? Worum geht es? Seit ich alles verloren habe, kämpfe ich ums nackte Überleben. Bin in fremden Taschen erwischt worden. Und jetzt kann ich keinen Fuß mehr auf den Hauptplatz setzen, ohne dass mir die Büttel auf die Pelle rücken. Du bist also ein Taschendieb? Na gut, komm auf den Punkt. Aber lass die Hände da, wo ich sie sehen kann. Pastera, diese verfluchte Wache hat mir meine ehrlich erbettelten Groschen weggenommen. Er behauptet, ich hätte sie gestohlen und hat sie selbst eingesackt. Wenn du sie aus seinen Taschen zurück in meine befördern könntest, wo sie rechtmäßig hingehören, geb ich dir was ab und bring dir ein paar Kniffe bei. Was sagst du? Bin ich jetzt ein Dieb? Und lerne noch was? Oder nicht? Aber wir machen's. Na schön, ich glaube, das bekomme ich hin. Um wie viel Geld geht es? Alles, was er bei sich hat. Die Hälfte gehört dir. Hm. Das kommt mir verdächtig vor. Das musst du wissen. Aber wenn du mir das Geld von Pastera besorgst, kann ich dir sicher den einen oder anderen Auftrag zuschanzen. Das möchte ich gar nicht. Einer reicht. Nimmst den reichen, gibst den armen. Ist das das Symbol hier? Festgeber. Stiel 50 Groschen. Ja und wie? Umhauen. Hier werde ich aber ja... Also ich kann den ja umhauen. Schön, aber bringt ja nix. Wir gucken erstmal zu den Wacher. Wo muss ich denn dazu hin? Ach, da hinten. Komme ich hier durch? Ich glaube, hier komme ich durch. Was haben wir hier? Hinweis, Quest. Okay, Quests werden angezeigt. Schön, könntest du dich mal der Witcher ein Beispiel dran nehmen? Da braucht man Mods dafür. Aber, äh... Mal schauen. Ich nehme erstmal die Quests an. Weil wir haben ja Zeit, die zu machen, glaube ich. Gibt es Quests, die verfallen? Wahrscheinlich. Ich würde mal tippen, nein. Darf ich es sein? Okay. Ich dachte, der gleich kommt wieder. Hier darfst du nicht sein. So, hier drin ist die Quest, oder wie? In der Schenke. Okay. Dann, äh... Schloss knacken will ich nicht. Hallöchen. Du, oder? Ja. Wird. Glück und Gesundheit. Die auch. Ähm... Brauchst du jemanden bei irgendetwas... Braucht hier jemand bei irgendetwas Hilfe? Wegen Ratai. Ja, was gibt es denn wegen Ratai? Äh... Okay. Wie lange... Äh... Wie lebt sich's hier? Naja. Selbes Problem. Könnte... Wann kommt denn die Folge raus? Mir dauert noch. Vielleicht mit Afghanistan. Mal weiß nicht, wie es sich bis dahin entwickelt hat. Könnte das auch ein reales Problem sein? Wie kommen die Ratai... Oder ein größeres reales Problem? Platzprobleme haben wir hier ja nicht. Das wäre keine Frage. Aber hier ist nicht genug Platz für alle. Wie lange hausen sie noch in unseren Gassen? Da kommt nichts Gutes bei raus. Was, wenn einer von ihnen die Pest eingeschleppt hat? Was ist es, wenn es jemand anderes ist? Hast du irgendetwas über die Komanen in Sigismunds Armee gehört? Komme nicht mit dem Geschmeiß daher. Ein Waffenknecht in der Schenke sagte, dass die Barbaren Menschen fehlen und Weiber schänden. Nichts ist denen heilig. Dreckiges Heidenpack. Ich find krass, wie stark man hier den Anfluss der Kirche merkt. Realistisch und gut. Weißt du, ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Ja, da könnte's was für dich geben. Berthold, unser Wildhüter, hat kürzlich bei irgendwas Hilfe gebraucht. Frag ihn, ob er immer noch eine helfende Hand gebrauchen kann. Das werden wir machen. Gott behüte dich. Und dich. Gut, da fragen wir dann einfach den Wildhüter das nächste Mal. Ich hoffe, ich denke dran, weil jetzt ist erstmal Aufnahmepause. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe, euch hat der Part gefallen. Bis zum nächsten Mal. Habt eine wunderbare Zeit, macht's gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.